Es wird das noch kürzer machen als die verbrochenen Steinwürr, richtig? Und wir können nur hoffen, dass es zukünftige Konflikte beschädigt wird. Ich weiß, dass es für dich persönlich ist. Es ist für viele von uns. Aber verstehe, wir machen das, um diese Krieg zu Ende. Nicht, um das letzte Mal weiterzunehmen. Erinnern, dass wir den Krieg ausführen, nicht die Stadt für Sport. Bereth wird sein Arbeit für ihn heute Abend geöffnet haben. Du spürst nichts, als seine Hand auf deine Schulter fällt, aber ich weiß, dass du dies persönlich nimmst. Das geht vielen von uns so. Bitte verstehe aber, dass wir dies tun, um den Krieg zu beenden, nicht um den Letzten fortzusetzen. Vergiss nicht, dass wir den Feind hinaustreiben und die Dörfer nicht zum Spaß verbrennen. Bereth wird heute Nacht alle Hände voll zu tun haben. Ja, das erklärt den Geist vorne am Eingang. Ja, das sind die endlosen Pfade von und Noah. Wir werden diese Bauern überrumpeln. Ein Elf dreht sich zu dir um. Seine Wangen, seine Unterarme und die Knorpel seiner langen, spitzen Ohren sind mit Indigo und anderen Blautönen beschmiert. Er grinst sich unter seiner wilden, bösen Mähne an. Es ist fast soweit. Dye und Hetfer haben das Dorf letzte Nacht ausgekundschaftet. Sie trommeln gerade den Rest der Truppe zusammen. Welche Truppe? Seine geisterhafte Faust segelt durch deine Schulter hindurch. Keine Sorge, jeder Mann erinnert sich daran, dass der Angriff deine Idee war. Die Rio mussten mitmachen, nachdem du den Rest des Clans angestachelt hattest. Niemand möchte, dass den neuen Klauen Feigheit vorgeworfen wird. Wer es darum geht, mit dem Rest des Stammes dem Fremden die Stirn zu bieten, die unsere Ruinen entweiht haben. Die Rio? Als er lacht, verdrehen sich die zackigen Farbstreifen auf seinem Gesicht. Du magst sie ja vielleicht nicht, aber sie sind immer noch unsere Ältesten. Vorher zumindest. Zwischen seinen Lippen ragt ein toter, grauer Zahn hervor. Sicher ist die Unterstützung der Gemeinde zu sichern, war ein raffinierter Schritt. Als du schließlich die Rio damit konfrontiert hast, blieb ihnen keine andere Wahl mehr, als uns zu unterstützen. Dass du eines Tages zu ihnen gehören wirst, daran besteht kein Zweifel, es sei denn, du fällst heute Nacht der Mistgabel eines Bauern zum Opfer. Er lacht. Die Tribes brauchen mehr Liedern wie dich, Frauen, die ihre Taten mehr als Worte schätzen. Er greift nach deiner Wange, hält aber auf halbem Weg inne, als ein Zweifel seine ausgebreiteten Finger erzittern lässt. Du warst recht. Wir waren zu weich, als die Vorwanderer erst kamen, und jetzt haben sie uns umgeheben. Wir werden nicht mehr weich sein, und die Invaders lernen, uns allein und für alle. Er lässt seine Hände stattdessen wieder an seine Seite fallen und zieht eine schadige Klinge aus seinem Gürtel. Du hattest recht, wir waren zu weich, als die Fremden zum ersten Mal hier auftauchen. Und jetzt? Jetzt erniedrigen sie uns. Niemals wieder werden wir weich sein, und die Einredner werden schon bald begreifen, dass sie uns ein für alle Mal in Ruhe lassen sollten. So, eine alte Armbrust. Und ja, ich weiß, dass Meerwald hinter diesem... Ding ist, deswegen gucke ich mir lieber erst einmal andere Räume an. Und ja, ich weiß, dass sie sich weitergehen konnten. Hey. Ich habe! Hey, du bist nicht geworden. Halt unsere Runde! Spinnenbeine. Oh, Totix. Warte. Oh. Oh, heilende Hände. Mhm. Oh, und Kanna hat noch Dietrich bei sich rumfahren. Oh, Duwens hat schon heilende Hände. Man kriegt alle auf heilende Hände. Oh, das ist ein sauberes Pell. X-Warte. X-Warte sind ein anderes Spiel. Das kommt davon, wenn man zwei Rollenspiele gleichzeitig spielt. Oh. Schwere Eisenschlüssel. Auf dem Künstler dieses schweren Eisenschlüssels befindet sich ein edirisches Zeichendeck. Bis mit einer dicken Staubschicht überzogen. Äh... Bollwerk gegen Elemente. Und was haben wir hier? Gold-Sul. Der Schimmerlinger Givan versperrt diese Tür wie ein Vorhang der jegliche... Interessant. Vielleicht weiß die Stimme oben auf diesem Thronenmeer. Ja, aber hier steht der jegliche Fortbewegung mit unnatürlicher Kraft zurückweist. mhm. White, Flame and Sound. We'll keep to ourselves. Oh ja, hier ist ne große... Spinnengruppe. 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 So, ja, Waldkäfer. Hier müsste, glaube ich, eine Räubergruppe drinstecken. Oh, sehr viele Kupferstücke. Kupferstücke und ein Blutstein. Ach, hier war die Spinnkönigin. Okay. Okay. Äh... Hm? Moe! I'm stuck! Aspect! Motion! Your turn! Okay, ich glaube, das Schnetz der Spinnkönigin macht... Äh... Wir sind alle tot. Ah, hier war das Stilett. Okay. Diese aufwendig gefertigte Säule scheint viel älter als die umgebenden Gebäude zu sein. Sie ist verwittert und mit einer matten Patina überzogen. Ah, neues Begleit hier. So, hier kommen würden wir direkt rauskommen. Ich glaube, das müssen wir schon mal aufmachen, weil wir sonst den Weg nicht freigeschalten haben. So sparen wir uns nämlich den ganzen Weg durch die Keep. Genau. Hier sind wir nämlich... Ah, die Leuchthülle wird sogar schon angezeigt. Genau, von hier aus können wir einfach zu den verschiedenen Ebenen reisen, sobald wir sie freigeschalten haben. Also bestimmte Ebenen, wenn wir die Abkürzung dort drin freigeschalten haben. Aber ich glaube, hier ist die nächste Abkürzung, die wir dann von der anderen Seite aus freischalten. Ja! Nice and quiet. Okay, das Ding hält einiges aus irgendwie. Da müssen wir mal mit ein bisschen Magie weiterhelfen. Okay, die Leiche hat Geld dabei. Der hat den Käferpanzer. Und ein Schwert, okay. Ich werde sehen, was ich finden kann. Ähm, nicht du? Ich bin echt mal gespannt, ob wir so angeschlagen, wie wir jetzt gerade sind, auch noch mehr Wald besiegen können. Ach, hier waren die Plünderer. Plünderer und Goldpaktritter. Plünderer und Goldpaktritter. Plünderer und Goldpaktritter. Plünderer und Goldpaktritter. Und wer da so weitergeht, stirbt und sieht der weg. Okay. Das war nicht so gut verstanden. Okay, der hat es zum Glück umgehauen bevor. Okay, der ist gerade ganz gestorben. Das heißt, wo ist mein Quicksave? Wir holen uns jetzt erst Meerwald, Rasten und holen uns dann die Plünderer. Andere Möglichkeit haben wir hier nicht. Okay. Okay, ich bin hier. Oh, Silberpfennige. Und hier haben wir Karagolan. Okay, ich bin hier. Okay, ich bin hier.